Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar haben wir heute von der Firma Cardena wieder eine Gesundheitsuhr bekommen. Diesmal sieht es ein bisschen anders aus. Ich hatte schon mal von Cardena eine Uhr, die war auch mega cool. Das war eine Gesundheitsuhr, Blutdruck etc. pp. könnt ihr mal hier oben gucken in der Beschreibung. Da ist die Uhr verlinkt und jetzt haben wir die Cardena Plus 2. Ja, was ist an der besonders? Wie sieht sie aus? Das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß dabei! Die Smartwatch, sie kommt in so einer ganz einfachen, schlichten Verpackung, so ein bisschen mit Gold gehalten. Also wirkt auf jeden Fall schon mal ein bisschen edler als eine normale Verpackung. Im Inneren der Uhr ist nochmal so eine, ja nicht Folie, so eine Art Papier, wo die Uhr abdeckt. Und ja, sonst ist eigentlich auch hier kaum was drin. Dann war noch in der Verpackung, legen wir mal auf die Seite, in der Verpackung lag jetzt noch so eine Schutzfolie, Panzerglas bei. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer regelmäßig dabei liegt, das weiß ich nicht. Bei mir in der Verpackung war es jetzt dabei, also ob das jetzt bei euch auch der Fall ist, weiß ich nicht. Und ich müsste hier bei der Bestellung mal nachfragen. Dann ist noch in der Verpackung enthalten ein kleiner Quick Guide, also eine Anleitung, wo die Uhr erklärt wird, was sie so alles drauf hat, inklusive den QR-Code. Den könnt ihr ja gerne auch schon mal vorab installieren. Und dann könnt ihr ja schon mal sehen, was die Uhr so schauen kann, bevor ihr die Uhr kauft. Wie ihr seht, gibt es schon jede Menge Informationen hier drin. Natürlich auch ein Ladekabel dabei. Hier mit so Magnetanschlüssen. Das heißt, das wird dann hinten an der Uhr, die holen wir jetzt gerade mal raus, so. Einfach hier hinten so magnetisch gehalten und das hält auch sehr gut. Zu der Uhr kann man optional dazukaufen verschiedene Armbänder. Einmal hier so ein wunderschönes silbernes Gliederband, was magnetisch ist vom Verschluss her, was äußerst cool aussieht. Dann gibt es noch so ein schwarzes Kunstlederarmband. Auch sehr schön, nur beachtet, hinten ist Kunststoffplastik, heißt im Sommer ist es ein bisschen spitzig. Dann gibt es noch das schwarze Gliederband, auch sehr, sehr edel finde ich, weil es sieht auf jeden Fall sehr hochwertig aus und glänzend. Und es würde auch sehr gut zu der Uhr passen, wenn man jetzt hier mal so mal dran hält. Dann sieht man, das sieht schon echt cool aus. Zu der Uhr kommen wir natürlich gleich. Dann gibt es noch so ein schwarzes Armband. Dann haben wir hier noch was für den maskulinen Mann. So eine Art Panzerband, also Panzerglied. Wie gesagt, wir können da alles eins dazu kaufen. Die Plug and Play werden die an die Uhr dran gemacht. Alles kein Ding. Und nochmal eins in Braun. Nun schauen wir uns die Uhr mal an sich an. Natürlich diese Band kann man natürlich auch kaufen, klar. An der Seite haben wir hier einmal der Sensor für die Herzfrequenz. Dann die Taste zum An- und Ausmachen und in die verschiedenen Menüs zu swappen. Hier auf der Seite haben wir nichts. Auf der Rückseite haben wir hier den Ladeanschluss. Dann natürlich hier die Sensoren alle. Und nun schauen wir uns die Uhr mal an. Dafür lege ich sie mal kurz an. Jetzt haben wir hier die Uhr. Ich habe hier schon mal ein richtig gutes Swatchface installiert. Man kann den mit dem Finger drauf halten. Und man rechts und links wischen, bekommt man immer verschiedene Watchface. Natürlich gibt es in der Handy App noch zig Watchface. Das zeige ich euch gleich auch noch. Weil in der Handy App kann man natürlich einiges machen. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit die Helligkeit zu ändern. Dann haben wir die Taschenlampe Funktion, wo die Uhr ein bisschen aufleuchtet. Einfach ist keine richtige Taschenlampe. Auch für den Notfall. Ganz okay. Dann auf dieser Seite haben wir den Handy Finder. Dann haben wir hier den Modus, falls man abends dann im Bett liegt und die Uhr soll jetzt nicht mehr vibrieren. Dann haben wir hier noch den Akkusparmodus. Dann hier die Einstellungen. Verschiedene Möglichkeiten. Einmal drücken, sind wir zurück. Zwischen wir nach rechts, haben wir einen Schrittzähler. Wenn die Kamera mal scharf stellt, jetzt den Schrittzähler. Dann haben wir hier so einen Schlaftracker. Da könnt ihr gucken, wie gut ihr geschlafen habt und wie Einschlafdauer war, inklusive 7-Tage-Tracking. Dann haben wir hier den Blutsauerstoff, der misst auch jetzt. Dann können wir jetzt mal ein paar Sekunden warten, dann könnt ihr das auch mal live in Aktion sehen. Dauert ein paar Sekunden. So, da seht ihr 98% Sauerstoff im Blut als tippitoppi. Dann haben wir jetzt hier den Puls. Da sind wir jetzt mal leise. Einmal muss man, ja man darf ja dabei nicht schon reden. So lange ein bisschen mehr. Ach, wunderbar. 84, wunderbar. Ja, dann haben wir noch ein EKG. Das machen wir jetzt nicht. Blutdruck. Blut. Dann haben wir hier Blut, Blut, Blut. Irgendwann mit Blut. Also Blutzucker, ja. Ja, Blutzucker, das weiß ich jetzt nicht so genau, ob man das jetzt über eine Uhr messen kann. Könnt ihr mal unten in die Beschreibung schreiben, ob sowas überhaupt möglich ist. Das finde ich jetzt so ein bisschen, hm. Weil normal muss man ja Blut abnehmen, um zu gucken, wie viel Blutzucker im Blut drin ist. Deswegen, da sage ich jetzt nichts zu. Mal abgesehen davon, möchte ich euch jetzt auch mal dazu sagen, die Uhr zeigt euch Daten an. Ja, aber man sollte sich nicht 100% auf die Uhr verlassen. Es ist nur ein ungefährer Richtwert. Das heißt, falls ihr mal unterwegs seid, euch ist schwindelig und euch geht es nicht gut, dann könnt ihr natürlich mal kurz auf die Uhr verschiedene Sachen starten und mal gucken und dann prima Daumen einschätzen. Ja, geht es mir gut, geht es mir nicht gut. Sollte man den Arzt aufsuchen. Natürlich, wenn es einem schwindelig ist oder so, natürlich sowieso immer zum Arzt gehen. Das ist keine Frage. Aber wie gesagt, diese Uhr ersetzt jetzt keinen Arztbesuch und die Uhr ersetzt jetzt auch keine hochmoderne technische Geräte, als wie so ein Blutdruckmesser, Zuckermesser und so weiter. Das ist nur ein kleiner Richtwert, um so mal ein bisschen reinzuschnuppern, zu gucken, ah, okay, man sollte mal ein bisschen besser kontrollieren. Was an der Uhr jetzt natürlich auch mega cool ist, ihr habt jetzt hier nur so eine Player-Funktion. Da könnt ihr zum Beispiel Spotify, YouTube etc. pp. vor-zurückspulen, play und laut und leise machen. Das hatte die Uhr, die ich letztes Mal vorgestellt hatte. Leider jetzt nicht. Aber gut, die hat es jetzt und ich finde es ganz cool. Ja, vom Design her muss ich sagen, erinnert sehr stark an die eine Marke mit dem Apfel. Ja, auf jeden Fall hochwertiges Kunststoff. Die Uhr ist auch spritzwassergeschützt. Aber wie gesagt, nur spritzwassergeschützt. Also baden oder schwimmen würde ich jetzt nicht unbedingt mit der Uhr. Optisch finde ich es ganz cool. Und wir schauen uns jetzt natürlich auch die App an, was in der App alles... zu machen ist, um, ja, was die Uhr an sich noch in der App kann. Ja, nun sind wir in der App drin und ihr könnt da sehen, da alles mögliche. Blutzucker, Sauerstoff und so weiter und so fort. Alles machbar. Und jetzt hier die Sportprofile. Da könnt ihr verschiedene Sportprofile aktivieren. Joggen, Laufen und so weiter. Ja, und hier ist die Uhr. Da könnt ihr den Akkustatus sehen. Dann haben wir hier noch die Benachrichtigung. Die Benachrichtigung könnt ihr verschiedene Sachen aktivieren. Falls ihr eine SMS bekommt, eine WhatsApp oder, 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 oder. Das könnt ihr alles auf der Uhr dann sehen, wenn einer anruft. Ja, weiterhin ist noch in der Urfang eine Möglichkeit, die Uhr, die Helligkeit anzupassen. Hell oder dunkel. Dann hier natürlich die ganz geilen, megamäßigen Watchface. Da sind richtig coole Sachen dabei. Da kann man schön anpassen mit den Armbändern. Also so wie das Armband aussieht, kann man da passende Watchface dann drauf machen. Man kann auch eigene Watchface erstellen. Das heißt, man geht auf Fotos und sucht schon ein Foto aus. Und dann ist das Foto auf dem Handy. Auch alles machbar. Also eine ziemlich coole Nummer. Ja, nun geht es weiter. Und zwar haben wir hier noch die Weckerfunktion. Klar, wie jede Uhr das auch kann. Dann haben wir hier die Gerätesuche. Falls ihr die Uhr mal sucht. Dann hier so eine Kamerasteuerung. Dann haben wir noch verschiedene andere Möglichkeiten, wie erweiterte Einstellungen etc. pp. Also die App, die ist randvoll mit verschiedenen Möglichkeiten. Also das seht ihr ja alles selber hier. Ihr könnt auch hier eigene Ziele setzen. Zum Beispiel, ihr sagt, ihr wollt täglich so und so viele Schritte laufen und tägliche Atemübungen machen. Alles ist machbar. Ihr könnt auch die Gesundheitsdaten per SMS an einen Familienmitglied schicken. Und da kann derjenige dann auch gucken, ah, okay, meine Oma, meine Opa oder so geht es jetzt nicht so besonders gut. Ja, wie ihr seht, habt ihr auch eine Anbindung zur Apple selber. Könnt ihr machen. Ja, auf jeden Fall ziemlich umfangreich die App. Also ihr könnt da verschiedene Dinge tun, machen lassen. Und ja. Jo, und jetzt kommen noch ein paar kleine weitere Infos zu der Uhr. Könnt ihr euch jetzt auch mal gerne angucken. Ja, hier nochmal so ein paar kleine knackige Informationen von der Homepage. Wie die Uhr nochmal heißt. Besonderheiten. Vier bis sieben Tage Akkulaufzeit. Blickwinkel stabil. Und so weiter. Zusatzfunktionen. SMS. Und so weiter und so fort. Ja, wie gesagt, könnt ihr gerne bestellen. Link unten in der Beschreibung. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Daumen rauf. Abonniert den Kanal. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.